Die Wobau Wismar präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps auf Wismar TV. Ihr Zuhause in Wismar. Gut und sicher wohnen. Im Zuge der interkulturellen Wochen findet am Nachmittag des 1. Oktober im Thiel eine Kaffee-Verkostung vom Feinsten statt. Vicky Lomatsch und Maisa Raban entführen die Sinne der Teilnehmenden in die orientalische Welt des Kaffees. Sie stellen verschiedene Zubereitungsarten und Kaffeesorten vor. Die Anzahl der Personen ist begrenzt. Somit ist es ratsam, frühzeitig eine Anmeldungs-Mail zu senden. Das braucht kein Mensch. Genau so ist es. Jetzt ist auch mal gut. Schluss jetzt und los geht's. Aber wie? Fangen wir von vorn an oder machen wir weiter oder warten wir erst einmal ab? Wir sind ja noch nicht richtig durch. Was ist wirklich wichtig? Das sollten wir uns jetzt wirklich genau überlegen. Obwohl, Zeit zum Nachdenken hatten wir doch alle genug. Vor allem die Künstler. So auch die Kabarettisten vom Rohrstock. Und bei dieser ständigen Grübelei stellten Sie immer wieder fest, das braucht kein Mensch. Und wagen gerade deshalb jetzt ganz optimistisch den Neubeginn. An diesem Nachmittag wird ein Vortrag gehalten und Bilder über das Land und die vielfältige Kultur gezeigt. Parallel dazu gibt es Musik sowie traditionelle Süßigkeiten und Kaffee. Die Veranstaltung findet im Rahmen der interkulturellen Wochen in Wismar statt. Sie dient als Möglichkeit der Begegnung verschiedener Kulturen. Die Wobau Wismar präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps auf Wismar TV. Ihr Zuhause in Wismar. Gut und sicher wohnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017